Hallo lieber Gitarren-Fan! Wie versprochen jetzt dieses Video, in dem ich dir die praktische Umsetzung auf der Gitarre zeige, und zwar des Themas Aufbau von Dreiklängen, sprich wie verhält sich das auf der Gitarre, wo sind welche Töne und wie kann ich welche Akkorde entsprechend greifen bzw. spielen. Falls du jetzt das Video Teil 1 in der theoretischen Erklärung noch nicht gesehen haben solltest, solltest du dir das vielleicht vorher angucken. Ansonsten geht es jetzt los! Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, nachdem ich gemerkt habe, dass das doch ein recht umfangreiches Thema wird, das Ganze auf drei Videos aufzuteilen. Beginnt mit diesem Video, in dem ich dir entsprechend Dur bzw. Moll-Akkorde zeige, wie man sie auf dem Griffbrett entsprechend verteilt spielen kann. Das erste Beispiel bei den Dur-Akkorden war der Akkord C-Dur, der bekanntermaßen aus den Tönen C, E und G aufgebaut ist. Jeder von euch kennt diesen landläufigen Griff und hoffentlich weiß auch jeder von euch, dass wir den erst ab der A-Seite anspielen dürfen, denn hier im dritten Bund liegt mein Ton C, also mein Grundton. Es folgt auf der D-Seite im zweiten Bund mein Terzton, also E. Danach gibt es meinen Quintton, also G, die leere G-Seite. Das sind die drei Dreichlangstöne. Alles, was jetzt kommt noch, ist einfach eine oktavierte, also eine Tonreihe höher liegende Variante von einem der drei Töne. Da geht es jetzt beim C-Lockgriff, beim normalen, weiter. Und zwar mit der Oktave auf dem Grundton, hier auf dem H-Seite, den ersten Bund, das C. Ganz zum Schluss gibt es nochmal eine Oktave auf die Terz, also auf das E, die hohe E-Seite. Also vom Standard C-Dur-Griff sind die Böhne C, E, G, C, E. Nächste Variante ist das Ganze als Paré-Griff, bei dem der Grundton auf der A-Seite liegt. Folglich, ich verschiebe den A-Dur-Griff. Ihr kennt das bestimmt so. Ich greife es der Einfachheit halber immer so, aber auf jeden Fall ist es dasselbe. Und hier habe ich auch erstmal wieder natürlich den Grundton. Dann kommt gleich die Quinte, dann kommt die Oktave auf den Grundton und dann erst die Terz. Sowie nochmal eine Oktave auf die Quinte. Also C, G, C, E, C. Nächste höher liegende Variante ist jetzt das Ganze als E-Dur-Paré zu greifen. Das heißt, jetzt habe ich tatsächlich alle sechs Seiten in Gebrauch. Ich linie also im achten Bund mit meinem Zeigefinger und greife dazu E-Dur. Los geht's wieder mit dem Grundton, dann die Quinte und die Oktave auf den Grundton. Danach die Terz. Dann wieder eine Oktave auf die Quinte. Und dann nochmal eine Oktave auf den bereits oktavierten Grundton. Also C, G, C, E, D, C. Wer das nicht ganz so hoch mag, auch noch vom Greifen her vielleicht nicht mag, kann auch entsprechend den verkleinerten Barre-Griff greifen. Auch hier habe ich entsprechend erstmal den Grundton, danach die Terz und die Quinte und dann nochmal die Oktave auf dem Grundton. Also C, D, E, G, C. Eine Variante habe ich noch für euch. Und zwar ist das praktisch ein verschobener D-Dur-Griff mit entsprechend begriffenem Grundton auf der D-Seite im zehnten Bund. Also hier habe ich auch wieder Grundton natürlich, dann Quinte, wieder Grundton oktaviert, dann erst den Terzton. Also C, G, C und E. Das waren jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Varianten, wie ich den C-Dur-Akkord auf der Gitarre greifen kann. Diese unterschiedlichen Griffe, also Griffvarianten, nennt man übrigens auch Voicings. Wie du also siehst, oder wie ihr also seht, muss es nicht immer nur der grundlegende Griff sein. So kann ich natürlich sämtliche andere Dur-Akkorde auch entsprechend über das Griffbrett verteilt spielen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich ein bisschen auf meinem Griffbrett auskenne, dass ich weiß, welche Töne wo liegen. Und natürlich, dass ich entsprechend auch, wie gesagt, herausfinden kann oder bilden kann, aus welchen Tönen genau eigentlich welcher Dur-Akkord aufgebaut ist. Kommen wir nun noch zum Moll-Akkord. Da war mein Beispiel mein gewähltes E-Moll. Dieser Dreiklang besteht aus den drei Tönen E als Grundton, G als Terzton und H als Quinte. Den hier kennt ihr alle. Der ist vermutlich auch der erste Griff gewesen, den ihr gelernt habt. Jedenfalls analysieren wir erstmal, wie die Töne da liegen. Wir haben erstmal den Grundton. Dann die Quinte. Danach der oktavierte Grundton. Die Terz. Nochmal eine oktavierte Quinte. Und noch eine Oktave auf dem bereits oktavierten Grundton. Also E, H, E, G, H, E. Soweit kennt ihr das alle. Nächste Variante ist praktisch ein per Barretfinger verschobener B-Moll-Griff. Hier geht es auch wieder mit dem Grundton los. Und dann kommt die Quinte schon wieder. So wie die Oktave auf den Grundton. Dann habe ich wieder meine Quinte. Und nochmal den Grundton. Und dann ganz zum Schluss erst die Terz. Also E, H, E, H, D, G. Das Ganze kann ich natürlich auch als normales Parret vom A-Moll greifen. Also sprich, ich lasse jetzt mal den tiefen Ton, also das tiefe E, lasse ich jetzt mal weg. Ich könnte den natürlich auch wieder als Grundton spielen. Aber wie gesagt, ich lasse das jetzt mal. Heißt, wir fangen also auf der A-Seite im siebten Bund an. Haben dort natürlich erstmal wieder unseren Grundton. Darauf folgend Quinte. Quinte. Und Oktave auf den Grundton. Dann die Terz. Und dann nochmal eine Oktave auf die Quinte. Also E, H, E, G, H. Eine sinnvolle Variante habe ich hier noch. So voraus ist es jetzt natürlich, ihr kommt zu weit hoch beim Greifen. Was ohne Kategorie sicherlich schwierig ist. Und zwar greife ich hier praktisch dreimal den zwölften Bund, die unteren drei Seiten mit dem Zegelfinger. Und dazu noch den vierzehnten Bund auf der D-Seite als Grundton, als recht hoch liegenden Grundton. Auf den folgt dann gleich Terz. Und die Quinte. Und dann nochmal eine Oktave auf den Grundton. Also E, G, H, E. Das war es jetzt für den ersten Teil. Ihr habt also gesehen, wie man den C-Dur-Griff und den E-Moll-Griff beispielhaft natürlich quer über das Griffbett verteilt. Spielen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und teilt es gerne auch mit euren musikbegeisterten Freunden. Zum Beispiel auf Facebook. Natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn ihr euch jetzt meinen Abonnenten anschließt. Denn dann weiß ich wiederum, wofür ich das Ganze hier mache. Ansonsten bei Fragen oder Ähnlichem schreibt mich gerne an. Ihr habt sämtliche Links unterhalb des Videos, die ihr braucht, um mit mir irgendwo in Kontakt zu treten. Und ansonsten, das nächste Video gibt es bald. Bis dahin sage ich, immer schön neugierig bleiben. Euer Videomusiklehrer.